Get up, stand up, don't give up the fight Herzlich Willkommen bei STRXL, Ihrem Gute-Laune-Kanal auf YouTube Die Straßen, welcher Freiheitliche kennt es nicht, wann immer man sich über Steuern unterhält und jemandem versucht zu erklären, wie böse Steuern sind, kommt als erstes das große Gegenargument aber die Straßen, das von Gott gegebene Ding, das sonst keiner hinbekommt außer dem Staat das unsagbar teuer ist und das eine Steuerbelastung in unendlicher Höhe quasi rechtfertigt Normal sollte purer Menschenverstand schon ausreichen, um einem bewusst zu machen, dass die Straßen nicht wirklich teuer sind beziehungsweise, dass es nicht allzu schwierig ist, Straßen zu realisieren Allein schon aus zwei logischen Gründen, jeder weiß, selbst in grauer Vorzeit bei den Römern war man in der Lage Straßen zu bauen, dann wird es ja heute kein allzu großes Kunststück sein Auch wenn man so in die Welt guckt, selbst sehr sehr arme Länder, ja sogar dritte Weltländer haben ein Straßennetz, Schwellenländer, die dann nicht ganz so arm sind, haben sogar ein relativ gutes Straßennetz teilweise sogar besser als unseres von der Qualität her Und wenn diese Länder das hinbekommen mit teilweise Monatslöhnen von 1, 2, 3, 400 Euro dann sollte das Deutschland mit einem 10-fachen Durchschnittseinkommen doch aus der Hüfte zahlen können Allein das, diese einfache logische Herleitung sollte schon reichen, im Grunde genommen Aber wir schauen uns das mal genau an Wir schauen uns also erstmal an, was denn Straßen überhaupt kosten Hier habe ich eine Grafik gefunden, die das Ganze wieder richtig teuer aussehen lässt Und zwar haben wir einen großen Nachholbedarf, weil wir es ja jahrelang schleifen lassen haben Wir wissen natürlich, weil der Staat viel zu wenig Steuereinnahmen hatte, der Arme Die sind zwar in den letzten 10 Jahren um knapp 50% gestiegen, aber es ist trotzdem immer zu wenig Das kennen wir ja schon Also 67 Milliarden sollen die Straßen kosten, das klingt natürlich auf den ersten Blick sehr viel Aber hier steckt der Teufel wieder im Detail Bis 2030, das sind also 15 Jahre Wir reden hier also von knappen Publiken 4 Milliarden im Jahr Das klingt doch gleich ganz anders Dann geht es weiter Wie werden denn die Straßen finanziert? Ja, da denkt man jetzt aus den Steuern, die einem vom Lohn abgezogen werden Ja, das ist richtig, aber der Staat macht das clever Der beschränkt sich natürlich nicht nur darauf, ihnen beim Einkommen was wegzunehmen Nein, der nimmt ihnen das gleich 15 Mal weg Und zwar auf verschiedene Arten Wie paradox das Ganze ist, möchte ich Ihnen jetzt mal vorführen Wir alle wissen, beziehungsweise der Normalbürger glaubt, Straßen werden durch Steuern finanziert Also durch Lohnsteuern und so weiter Ja, theoretisch richtig, da wird auch was davon weggenommen Aber wir werden gleich sehen, dass dies ein Irrglaube ist Beziehungsweise nicht nötig Dann gibt es ja noch die schöne Kfz-Steuer, die jeder von uns jedes Jahr zahlen muss Da kommt auch noch einiges zusammen Dann gibt es seit einigen Jahren die Autobahnmaut, die alleine so hoch ist wie die ganzen Straßenkosten Aber wir lassen das mal alles weg Wir lassen mal außer Acht, dass allein die LKWs im Grunde schon unsere Straßen finanzieren Wir lassen außer Acht, dass wir eine Kfz-Steuer zahlen Und wir lassen außer Acht, dass von unseren Steuern noch was weggenommen wird Obwohl wir diese drei enormen Punkte, die die Straßen schon mehrfach finanzieren würden, weglassen Kommt der dicke Batzen erst jetzt Schnallen sie sich an, jetzt geht's rund Wir verbrauchen in Deutschland 18 Millionen Tonnen Diesel und 30,5 Millionen Tonnen Benzin Das sind zusammen fast 50 Millionen Tonnen Um genau zu sein, 48,4 Millionen Tonnen für die kleinen Karrierten Wie jeder weiß, steckt im Benzin, wenn man das denn an der Tankstelle kauft, wiederum viel Steuern Wie viel steckt da drin, schauen wir nach Das sind laut dieser seriösen Grafik 86,5 Cent Hier sei noch am Rande angemerkt, wie man sich das natürlich wieder schön rechnet Also hier ist ausgewiesen ein gesamter Steueranteil in Prozent von 67 Das ist wieder schön gerechnet, natürlich vom Gesamtpreis zurückgerechnet, damit es niedriger klingt Aber in Wirklichkeit ist die Steuerbelastung hier viel höher Der Warenpreis, wie wir hier sehen, der Produktpreis liegt bei 38 Die Kosten bei 5, das sind in etwa 43 Cent Und wir zahlen aber 1,29 an der Zapfsäule Wie oft passt nun 43 Cent, also der wahre Preis, in 1,29 rein Richtig ausgedrückt zahlen wir also auf den Benzinpreis, auf den realen Benzinpreis 200% Steuern Weil wir eben nicht 43 Cent zahlen, sondern den dreifachen Preis, nämlich 1,29 So kann man sich eben die Sachen so hinrechnen, wie man möchte Und man tut so, ja 67% ist jetzt zwar schon relativ hoch, klingt ganz anständig, aber ist noch so im Rahmen Würde man da jetzt hinschreiben, sie zahlen 200% Steuern auf Benzin, klingt das schon ganz anders Aber dies nur am Rande 18 Millionen Tonnen Diesel und 30,5 Millionen Tonnen Benzin Das sind zusammen fast 50 Millionen Tonnen Um genau zu sein, 48,4 Millionen Tonnen für die Kleinkarierten Ergibt also die stolze Summe von 41 Milliarden Euro im Jahr Wir halten also fest, obwohl wir die LKW Maut weggelassen haben Obwohl wir gerade dabei sind, eine PKW Maut einzuführen Obwohl wir eine extra erfundene Kraftfahrzeugsteuer zahlen Wo alle diese drei Punkte viele, viele, viele Milliarden einbringen Die am Rande bemerkt, schon mehrfach so teuer sind, wie die eben angesetzten 4, 5 Milliarden Haben die die Straßen tatsächlich kosten Tun wir obendrein, nochmal beim Tanken, allein 41 Milliarden Euro Steuern zahlen Also jeder sieht sofort, was hier eigentlich los ist Die Straßen sind also mitnichten ein Geschenk Für die man, wie der Normalbürger es leider verinnerlicht hat Dankbar sein sollen, dass wir diese umsonst benutzen dürfen Nein, ganz im Gegenteil Wir bezahlen die nicht nur Wir bezahlen sogar den 10-15-fachen Preis, den sie eigentlich wert sind Die Steuerverschwendung beim Bau dieser Straßen, mal ganz außer Acht gelassen Die meisten sagen, ja man könnte es, also diese 4, 5 Milliarden im Jahr Auch noch 30, 40% billiger haben, wenn man es denn vernünftig macht Wir erinnern uns an zahlreiche Steuerverschwendungen Das aber alles ganz außer Acht gelassen Wir zahlen also nicht weniger, wir kriegen hier nichts geschenkt Sondern zahlen viel, 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 viel mehr Würde man es anders organisieren, würde es ein Zehntel kosten Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen Dies sei hier nur am Rande erwähnt Allein für die Steuer, die der Bürger nur an der Zapfsäule bezahlt Allein davon könnte man nahezu alle Sachen, die der Normalbürger für wichtig erachtet Und immer anbringt, wenn es darum geht, warum Steuern wichtig sind Wie Polizei, Straßen, Kindergärten, Gerichte und dergleichen Komplett alle finanzieren Alleine aus dieser einen Geschichte, nämlich dem Besuch einer Tankstelle Ohne jede weitere Steuer, ohne Lohnsteuer, ohne Mehrwertsteuer, ohne sonst irgendwas Nur mit dem Besuch der Tankstelle könnte man dies alles finanzieren Und sie wissen alle ganz genau, in Wirklichkeit zahlen sie noch 20 mal mehr An anderen Stellen Abschließend rechne ich ihnen noch kurz vor Was sie denn wirklich tatsächlich an Steuern bezahlen für ihr Auto Jetzt waren wir ja gerade nur bei der Benzinsteuer Wollen wir die Sache noch kurz rund machen Die Kfz-Steuer, wie sie hier sehen Beläuft sich jährlich auf weitere 9 Milliarden Euro Weiter kommt hinzu eine Lkw-Maut Wir hatten es angesprochen, auch dies spült in etwa 4,4 Milliarden in die Kasse Dazu, und hier wird es jetzt tricky Mehrwertsteuereinnahmen durch die Kfz-Versicherung Jeder von ihnen weiß, sie haben eine Kfz-Versicherung Die kostet sie 3, 4, 5, 6, 800 Euro im Monat Wenn man hier einen Mittelwert ausrechnet Kommt man auch hier nochmal durch die 19% Mehrwertsteuer Auf weitere autobediente Mehrsteuereinnahmen In Höhe von 2 bis 5 Milliarden Wir nehmen jetzt hier mal 3 und sind ganz bescheiden Und jetzt wird es noch viel mehr tricky Wir haben 3,21 Millionen Neuzulassungen im Jahr Also neue Autos, die gekauft und zugelassen werden Rechnet man jetzt hier mit bescheidenen 22.000 Euro pro Fahrzeug Macht das eine Mehrwertsteuer von etwa 3.500 Euro pro Fahrzeug aus 3.500 Euro pro Fahrzeug mal 3,21 Millionen Neuzulassungen Machen dann nochmal schlappe 11 Milliarden Euro aus Die der Staat jährlich durch Autos einnimmt Ich bin sicher, ich habe sogar noch 1, 2, 3, vielleicht auch 10 Kleine bis größere Sachen jetzt in meiner Quick & Dirty Version übersehen Aber wir halten nochmal zum Abschluss fest Insgesamt zahlt der deutsche Steuerzahler über 60 Milliarden Euro Um genau zu sein 68,4 Milliarden Euro im Jahr für Autofahren Beziehungsweise für Straßen Und im Vergleich dazu, wie wir gerade festgestellt haben Liegen die realen Kosten für die Straßen bei etwa 2 bis 5 Milliarden Euro Je nachdem, wie man es denn nun rechnen möchte Wobei man mit 2 Milliarden schon sehr weit kommen würde, wenn man denn wollte Wir sehen also, Sie, der Bürger Selbst die ganz 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 kleinen Leute zahlen wesentlich mehr für Straßen als diese tatsächlich denn kosten Sie werden hier wie üblich an jeder Ecke ausgenommen Und man gibt sich besonders viel Mühe, dies eben auf 100 Nebenkriegsschauplätze zu verteilen Und damit schön für Verwirrung zu sorgen So dass es eben nicht offensichtlich ist, wie viel sie wirklich zahlen Dadurch, dass man es eben auf 20, 30 Unterpunkte verschachtelt Nun wissen Sie es, hier ist gar nichts umsonst Ganz im Gegenteil, Sie zahlen einen horrend übertriebenen Preis Am Rande bemerkt, nur mal so als Vergleich 68 Milliarden Euro im Jahr Das entspricht in etwa dem Staatshaushalt von ganz Polen Also nur das, was der deutsche Bürger für Straßen im übertragenen Sinne bezahlt Wie wir gerade berechnet haben Entspricht dem gesamten Staatshaushalt von Polen Das Land, das auf Platz 35 steht Im internationalen Vergleich von 200 Ländern Es gibt also nur 34 Länder auf der Welt, die mehr Steuereinnahmen haben als Polen Und dennoch zahlt der Deutsche allein für Straßen so viel, wie Polen für sein komplettes Staatswesen zur Verfügung hat Hier in der Liste lassen Sie sich nicht überraschen Hier sind 92 Milliarden aufgeführt Die Zahl ist allerdings von 2013 und in Dollar angegeben Umgerechnet zum damaligen Dollarkurs liegt das in etwa bei 3, 4, 65 Milliarden Euro Also kommt in etwa hin Dies soll Ihnen nur mal ein Gefühl geben, wie sehr Sie da von hinten durch die Hecke gezogen werden Ich wiederhole es nochmal, der deutsche Bürger zahlt allein jedes Jahr nur an der Tankstelle 41 Milliarden Euro Steuern Ist das Leben nicht wunderbar? Ich gehe jetzt mal auf die kostenlosen Straßen und genieße mein Leben Und danke dem Herrn, dass er mir diese wunderbaren, kostenlosen, unbezahlbaren Geschenke der modernen Wissenschaft Diesen Betonklecks zur Verfügung gestellt hat Ohne dass ich dafür irgendwas getan habe Danke dem Herrn, preise den Herrn Was bin ich für ein glücklicher Mensch Man hat mir Straßen geschenkt Was bin ich für ein glücklicherweise?